Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir melden uns heute aus dem Osterland. Das ist dort, wo es die gewaltigen Schoggiehase und die Schoggieeier gibt und die wunderbaren Blumen. Oh, danke vielmals. Das ist eine schöne Osterhase. Und wenn Sie jetzt in Ihren Kopladen schauen, dann finden Sie natürlich schon allerhand aus dem Osterland. Ja, jetzt hat er natürlich wieder alle Hände voll zu tun, unser Osterhase. Wenn Sie ihn in der nächsten Zeit sehen, gibt es sicher eine kleine Überraschung, wie Sie den Polizisten erlebt hat. Uns hat der Osterhase, meine ich, auch ganz viele Überraschungen mit ins Studio gebracht. Und die Kop hat für Sie natürlich auch spezielle Oster. Spezialitäten bereit, wie zum Beispiel das Halbein, das sehr günstig ist, aus feinster Arni Milchschoggie. In einer grossen Auswahl gefüllt mit feinsten Praline in allen Variationen. Oder dann natürlich die Schoggiehase, zum Beispiel hier einen ganz und grossen oder dann die kleinen braunen und weissen. Ja, und der lacht noch bis zum Ostersonntag. Auch der Haas, der ist aus feinster Arni Milchschoggie, zusammen dann mit ganz guten Mandelsplittern. Ja, und die Blumenecke in Ihrem Kop ist jetzt parat mit den schönsten Blumen. Besonders aktuell sind jetzt natürlich die Osterglocken. Und dann auch die wunderbaren Osterstrüsse. Unser Osterhase kommt ganz schön weit umeinander im Land. Das letzte Jahr hat er fünf Kinderheime in der ganzen Schweiz besucht. Das ist natürlich für die Kinder dort eine Riesenfreude gewesen. Und auch dieses Jahr wird unser Osterhase wieder bei ein paar Kinderheimen nachklopfen. Natürlich dann mit einer hautevollen Überraschungen. So, das wäre es gewesen. Nein, 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 nein. Ah, beinahe hätte ich es vergessen. Alle Leute, die einem Kinderheim nachstehen, sollen uns doch eine Postkarte schicken. Die ersten fünf Kinderheime, die uns genannt werden, kommt unser Osterhase besuchen mit einer hautevollen Überraschung. Schreiben Sie also eine Postkarte an. GOB, Mittwochstudio, Stichwort Osterhase, Postfach 4002 Basel. Ich wiederhole gerade nochmal. GOB, Mittwochstudio, Stichwort Osterhase, Postfach 4002 Basel. Dank der Osterhase. Ich habe jetzt gerade noch eine ganz erfreuliche Mitteilung, und zwar für alle Einwohner von Rapperswil am Zürichsee. Dort im GOB-Zentrum vom Einkaufszentrum Sonnenhof geht morgen Morgen, und zwar am 9 Uhr, eine grosse Sportabteilung auf. Und jetzt danken wir Ihnen für das Zuschauen. Und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Und noch schöne Osterhase. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOB zwei Becher an 250 Gramm Planta Minuskalorie statt 340 nur 290, zwei Dosen Mondial Ananas statt 280 nur 210, eine Dose Mondial Fruchtcoctel nur 2 Franken und eine Dose Mondial Pfirsich nur 1,70. Ein Viertelliter operisierter Vollrahm statt 290 nur 2,50 und eine halbe Liter statt 545 nur 4,85. Und nur morgen, über morgen und am Samstag zwei Liter Happy Day Orangensaft oder Gräbfriesaft statt 240 nur 1,70. Profitieren Sie von diesen Angeboten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.